Das geht jetzt nicht! Da muss ich mit der Zeit wieder drauf gesetzt gehen, ne? Die Polizei... So, nicht schlapp mal hier! Ah, die gucken! Guck doch nicht hin, die sind alle verrückt! Die stehen hier so weit von vorne! Wework's! David! David! Du kennst definitiv? Ein Typ wer das... Das war David! Nein! So, jetzt aber hopp, hopp, Mädels.